In Großbritannien hat sich die Infektionslage durch die Mutation des Coronavirus zuletzt verschärft. Die Gefahr der Ansteckung ist höher. So steigen die Fallzahlen wieder stärker an. Die neue Variante könnte den Verlauf der Pandemie auch in den kommenden Monaten bestimmen. Die Lage in vielen britischen Kliniken ist nach wie vor kritisch. Das Royal London Hospital. Eine Covid-Patientin muss beatmet werden. Acht Pflegekräfte packen mit an, um sie in die Bauchlage zu bringen. Sie ist Mitte 20. Ich schwitze. Und nicht wegen der Schutzkleidung. Sie ist jung, hat eine Familie. Das ist etwas ganz Wertvolles. Und wir versuchen, sie zu retten. Es ist sehr beängstigend. In diesem Londoner Krankenhaus sind 12 von 15 Stockwerken mit Covid-Patienten belegt. Krankenhäuser im ganzen Land sind ausgelastet oder sogar überfüllt. Das Personal am Limit. Die neue Mutation, der Winter, Weihnachten, alles kam zum absolut schlechtesten Zeitpunkt. Und wir sehen einen stetigen, exorbitanten Anstieg an Fällen. Es kommen immer mehr Patienten dazu. Nach Aussage von Premierminister Johnson gibt es Hinweise, dass die Virusmutation nicht nur ansteckender, sondern auch tödlicher sein könnte als frühere Varianten. Der Gesundheitsminister ist zurückhaltender. Was wir wissen, ist, dass es ein gewisses Risiko gibt, dass die neue Variante tödlicher ist. Das ist leider das Ergebnis der Untersuchungen. Wir wissen aber nicht genau, wie hoch dieses Risiko ist. Was bewiesen ist, die Variante ist deutlich ansteckender. In Großbritannien wird die Entwicklung der Mutante seit Monaten überwacht. Labore führen routinemäßig Genomsequenzierungen durch. Mittlerweile ist die Variante für die Mehrheit aller Corona-Fälle im Land verantwortlich. Deswegen ist Großbritannien seit Anfang des Jahres wieder im Lockdown. Es sieht so aus, dass die Maßnahmen zumindest einen gewissen Erfolg haben. Die Fälle scheinen zu fallen, aber sie fallen nicht schnell genug, dass die Belastung auf das Gesundheitssystem schnell heruntergehen würde. Mehr als 97.000 Menschen sind schon an den Folgen des Virus gestorben. Die Todesrate ist weiter hoch. Auf ein Ende des Lockdowns wollen sich im Moment weder Experten noch Politiker festlegen. Wie sich die neuen Corona-Varianten bei uns in Deutschland verbreiten, darüber gibt es erst wenige Erkenntnisse. Aufschluss darüber können nur Analysen über das Erbgut des Virus liefern. Diese sogenannte Sequenzierung geschieht hierzulande allerdings seltener als in Großbritannien und soll daher nun hochgefahren werden. Dafür gibt es Labore mit spezieller Ausstattung. Das Bio-Scientia-Labor im rheinland-pfälzischen Ingelheim. Heute Morgen wird endlich die Supermaschine gefüttert. 30 Stunden lang liest sie positive Corona-Tests aus ganz Deutschland. Welche Virus-Mutation taucht dabei auf? Verschlimmert sich das Infektionsgeschehen? Der Sequenzierautomat. Eine Art Lesehilfe für die Erbinformation des Corona-Virus. Wir lesen die Seite dieses Buchs komplett durch, von A bis Z. Dann können wir jede Buchstabenänderung, jede Wortänderung in diesem Text sozusagen erkennen. Das geht dann in die Datenbank, über das RKI, diese wissenschaftliche Datenbank. Alles aufwendig und somit teurer als PCR-Tests allein. Von nun an sollen mindestens 5% der Positivproben sequenziert werden. Für jede gibt es 220 Euro. Nachbarländer aber hinken hinterher. Erst vor einer Woche forderte die EU-Kommission, die Sequenzierung müsse dringend vorangetrieben werden. Virologen sehen das ähnlich. Schließlich machen Virus-Mutationen vor Landesgrenzen nicht Halt. Wir sehen ja durch den Reiseverkehr, dass neue Mutationen, Varianten gerade aus dem Ausland eingeschleppt werden nach Deutschland. Es gibt natürlich auch viele Menschen, die jeden Tag pendeln über die Grenzen, weil sie hier in Deutschland arbeiten. Und das zeigt, dass es auch wichtig ist, auf die Nachbarländer zu schauen. Bio-Scientia rechnet zunächst mit 1.500 Ergebnissen in der Woche. Das Covid-19-Virus bedeutet auch hier viel Arbeit für Mensch und Maschine. Bio-Scientia rechnet